Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum 20. Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESPHome? Nachdem wir uns im letzten Teil angesehen haben, wie man Werte aus Home Assistant abfragen und in ESPHome verwenden kann, möchte ich mir im heutigen Teil mit euch gemeinsam anschauen, wie man Werte aus MQTT abrufen und entsprechend darauf reagieren kann, also wie wir ein Topic abonnieren können und dieses entsprechend auswerten können. Auch hier gibt es wieder zwei unterschiedliche Sensoren, einmal für numerische Werte und einmal für textbasierte Werte und das schauen wir uns in diesem Video einmal näher an. Bevor wir aber mit dem Video starten, die übliche Bitte, wenn euch meine Serie gefällt und weiterhilft, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen hoch, das unterstützt mich wirklich immens. Also an der Stelle nochmal vielen vielen Dank für jegliche Art von Support, sei es ein Like, sei es ein Abo, sei es ein Kommentar oder natürlich auch die YouTube-Mitgliedschaft, diese findet ihr hier unten direkt neben dem Abonnieren-Button, da erkläre ich auch nochmal alles in einem gesonderten Video. Vielen vielen Dank für jeden Support von euch und wir legen jetzt direkt los mit dem Video. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du zehn zweilagige Platinen für nur fünf Dollar, als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht's jetzt weiter mit dem Video. Im Home Assistant angekommen, legen wir auch direkt los. Als erstes legen wir wie immer ein neues Projekt an. Wir sagen hier einfach mal MQTT-Sensor, tragen die temporären WLAN-Daten ein und klicken auf Next. Wählen wie immer unseren D1 Mini aus, passen dann hier unsere WLAN-Daten an, schmeißen die Kommentare raus und sind startklar. Damit wir wissen, was wir jetzt genau tun müssen, schauen wir wie immer zuerst in die Dokumentation. Wir gehen dazu auf die ESP-Home-Seite und suchen hier als erstes mal nach MQTT. Und dann sehen wir hier auch schon MQTT-Subscribe-Sensor und MQTT-Subscribe-Textsensor. Diese beiden öffne ich jetzt einfach schon mal. Und wir fangen mal mit dem Textsensor an. Und hier sehen wir ein kleines Beispiel. Den Textsensor als solches kennen wir ja schon. In diesem Fall haben wir eben hier eine andere Plattform und zwar MQTT-Subscribe. Und dieser Plattform müssen wir einen Namen angeben und der weitere Pflicht-Parameter ist das Topic, welches wir abonnieren möchten. Also auf welchem wir lauschen möchten. In diesem Beispiel haben wir noch eine ID mit angegeben. Diese ist, wie wir hier unten sehen können, optional. Genauso wie das QoS, also Quality of Service. Dieser steht standardmäßig auf 0. Und ein QoS von 0 bedeutet, eine Nachricht wird maximal einmal geliefert. Bei Verwendung dieser Servicequalität wird jede Nachricht genau einmal verschickt. Ohne Rücksicht auf eine eventuelle Bestätigung des Empfängers. Dann gibt es noch QoS 1. Dieser wird als mindestens einmal geliefert verstanden. Hier wartet der Sender auf eine Bestätigung des Empfängers und ist verpflichtet, die Nachricht erneut zu verschicken. Insofern keine Empfangsbestätigung eintrifft. Allerdings kann es zu mehrfachen Auslieferungen kommen. QoS 2 bietet die Garantie, dass eine Nachricht exakt einmal geliefert wurde. Um diese Garantie einhalten zu können, verwendet MQTT eine zweistufige Empfangsbestätigung. Das aber nur mal am Rande erwähnt. In unserem Beispiel lassen wir hier bei QoS jetzt den Default 0. Also verwenden diesen Parameter in dem Beispiel nicht. Werfen wir direkt auch noch einen Blick auf den normalen MQTT Subscribe Sensor. Wie ihr seht, dieser ist hundertprozentig gleich aufgebaut. Also genau das gleiche Spiel wie beim Home Assistant Sensor. Entscheidend ist hier einfach nur, welche Integration verwenden wir. Die Plattform und Attribute bleiben identisch und über die Integration steuern wir, handelt es sich um einen numerischen Wert oder handelt es sich um einen Text. Heißt, ich kopiere mir jetzt einfach mal dieses Beispiel, wechsle wieder nach ESPHOME und füge das jetzt hier erstmal einfach zweimal ein. Beim ersten entferne ich einfach mal das Text und somit haben wir jetzt hier einen numerischen MQTT Sensor und einen Text MQTT Sensor. So und jetzt sehen wir hier, dass er hier noch was zu meckern hat und zwar component sensor.mqtt subscribe require component mqtt. Das heißt, ihm fehlt hier jetzt noch die eigentliche MQTT Integration, damit er überhaupt weiß, auf welchen MQTT Broker möchten wir denn jetzt verbinden. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall schon mal MQTT Doppelpunkt hinschreiben und was wir dafür jetzt als Parameter benötigen, das schauen wir uns auch mal eben an. Gehen wir nochmal hier in die Suche und dann sehen wir jetzt hier MQTT Client Component. Schauen wir uns die auch mal eben an und dann sehen wir hier MQTT Doppelpunkt und darunter als Attribute Broker, Username und Passwort. An der Stelle hier oben eine Warnung und zwar, wenn wir nur MQTT aktivieren, aber die API nach Home Assistant gar nicht nutzen möchten, weil wir zum Beispiel ein Standalone Projekt basierend auf MQTT bauen möchten, dann müssen wir darauf achten, den API-Eintrag in unserer Konfiguration zu entfernen. Denn wenn der API-Eintrag in unserer Konfiguration hinterlegt ist, dieser aber nicht verwendet wird, heißt es verbindet auch kein Gerät über diese API auf unseren ESP, dann wird der ESP nach 15 Minuten rebooten. Heißt unser Projekt würde alle 15 Minuten einmal neu starten, einfach aus dem Grund, weil keiner auf diese API verbindet. Um das zu vermeiden, sollte man dann diesen Eintrag aus seiner Konfiguration entfernen. Das betrifft uns jetzt im Beispiel aber nicht, möchte ich an der Stelle aber nochmal erwähnen. Wie ihr seht, es gibt hier im Bereich MQTT extrem viele Attribute, von daher möchte ich jetzt hier nicht auf alle explizit eingehen, sondern wir nehmen jetzt einfach hier dieses Beispiel, kopieren uns das und fügen das mal bei uns in unserem Projekt ein. In meinem Fall läuft mein Broker jetzt auf der 192.168.5.4. Mein Benutzername lautet MQTT und das Passwort habe ich in meinen Secrets hinterlegt und zwar unter dem Schlüssel MQTT unterstrich Passwort. Für alle, die den Teil über Secrets aus dieser Serie verpasst haben, schaut mal oben in die Infobox. Da habe ich sowohl die Playlist als auch hier diesen Teil 8 noch einmal verlinkt. Jetzt weiß unser ESP Home Projekt auf jeden Fall, wie er unseren MQTT Broker erreichen kann. Jetzt müssen wir ihm nur noch sagen, welche Themen er dort überwachen soll für unseren Number Sensor und für unseren Text Sensor. Dafür speichere ich das Ganze jetzt einmal und wir schauen mal in meinen MQTT Explorer. So, ich habe jetzt einmal auf der rechten Seite meinen MQTT Explorer und auf der linken Seite seht ihr jetzt das ESP Home Projekt. Werfen wir zuerst einen Blick in den Explorer und öffnen hier einfach mal die Liste der vorhandenen Topics. Das sind also alle Themen, die aktuell auf meinem MQTT Broker zur Verfügung stehen. Ich würde sagen, wir wählen einfach mal Valetudo Roborock und hier seht ihr jetzt zum Beispiel das Topic Command. Und dieses Topic, das enthält immer das zuletzt verwendete Kommando, welches meinem Staubsaugroboter geschickt wurde. Dieses Topic kopiere ich jetzt einfach mal und das nutzen wir jetzt für unseren Text Sensor. Das heißt, das füge ich jetzt hier hinter Topic einmal ein und sage somit meinem Text Sensor, dieser soll Valetudo Roborock Command überwachen. Das heißt, dieser Sensor liefert uns ab sofort immer das Kommando zurück, welches zuletzt meinem Staubsaugroboter geschickt wurde. Daher nennen wir das Ganze jetzt auch einfach mal Valetudo Command und das übernehmen wir auch für den Namen. Damit wäre unser Text Sensor schon einmal fertig. Kommen wir jetzt zu unserem numerischen Sensor und dafür würde ich sagen, nehmen wir mal eine System Value und zwar unter Sys Broker Load Publish Received und dann nehmen wir mal den Wert der letzten Minute, also 1Min und auch diesen Pfad kopieren wir uns, fügen den jetzt mal hier als Sensorwert ein und nennen das Ganze jetzt MQTT unterstrich Load, lassen hier auch nochmal den Namen an, das speichern wir jetzt und wählen Install. Sagen Plug into this Computer, wählen den Comport aus und sagen Verbinden. Die Konfiguration wurde installiert, schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Zuerst müssen wir wie immer unser Gerät in Home Assistant integrieren, schauen wir also einmal in die Logs, da wir wieder keine Benachrichtigung erhalten haben und dann sehen wir hier oben IP-Adresse wie immer 192.168.5.160, die kopiere ich mir wieder, gehe auf Einstellungen, Integrationen, sage Integration hinzufügen, suche nach ESP Home, füge bei Host die IP-Adresse ein, sage Absenden, er bestätigt mir hier MQTT-Sensor, Bereich lasse ich wie immer frei und sage Fertig. Da ist nun unser MQTT-Sensor, ein Gerät, mit zwei Entitäten, und zwar Sensor.MQTT-Load eine Minute und Sensor.Valetudo-Command. Und diese beiden fügen wir jetzt mal auf unserem Dashboard hinzu. Wechseln wir also in die Übersicht, auf unseren Reiter Test und sagen jetzt hier einmal Benutzeroberfläche konfigurieren. Ich füge wie immer die Elementekarte hinzu, schmeiße die Standardeinträge raus und suche jetzt hier mal nach MQTT. Da haben wir auch schon unseren Sensor MQTT-Load eine Minute. Und als nächstes suche ich noch das Valetudo-Command, da ist es auch schon, sage Speichern. Und wir sehen jetzt hier, der Load ist vom MQTT-Server gerade 1,3 und das letzte Valetudo-Command lautete Start. Und wenn ich jetzt einfach mal mein Live Home Assistant System mit dem Staubsauger daneben lege, dann können wir hier auch sehen, wenn ich zum Beispiel das Stopp-Command sende, seht ihr hier live auf meinem Testsystem auch sofort den Stopp-Befehl. Genauso, wenn ich jetzt hier sage Start, wechselt er wieder auf Start. Und wenn ich sage Return to Home, dann sagt er auch hier Return to Base. Ihr seht auch, wenn ich die Befehle absetze, der MQTT-Load geht mal kurz ein bisschen rauf. Sollte sich jetzt gleich aber, denke ich, auch wieder einkriegen. Ja, und so seid ihr in der Lage mit ESP Home eure MQTT-Topics zu überwachen. Natürlich habt ihr auch weiterhin hier die gleichen Möglichkeiten wie bei dem anderen Textsensor. Das heißt, ihr könnt natürlich auch zum Beispiel mit On-Value auf eine Werteänderung reagieren und die üblichen Aktionen einfach ausführen. Das gleiche gilt natürlich auch für den numerischen MQTT-Subscribe-Sensor. Auch hier habt ihr die Möglichkeit mit On-Value, On-Value-Range oder On-Raw-Value auf bestimmte Werteänderungen zu reagieren. Zum Beispiel könnt ihr bei eurem MQTT-Sensor mit On-Value-Range sagen, dass, wie hier im Beispiel, ein Relais eingeschaltet werden soll, wenn der aktuelle Wert zwischen 5 und 10 liegt. Wie diese Aktionen funktionieren, haben wir ja in den vorangegangenen Videos schon besprochen. Ich denke, das müssen wir jetzt nicht im Detail nochmal durchsprechen. Wie die Dokumentation hier zu verstehen ist, haben wir auch schon mehrfach durchgekaut. Von daher denke ich, sollte dieser Hinweis an der Stelle reichen. Ja, soviel zum Thema MQTT-Topics aus ESP Home heraus überwachen und die Werte entsprechend auswerten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und natürlich auch ESP Home diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt morgen im nächsten Video wiedersehen würden. Da schauen wir uns nämlich an, wie man mit einem ESP32 Bluetooth Geräte in Home Assistant integrieren kann. Bis dahin verabschiede ich mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!